Nummer 5. Dieses Modell ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Sie bietet bis zu 13 Scheiben und 8 Hüllen. Die Scheiben bieten Ihnen die größtmögliche Auswahl für die Herstellung von Churros in verschiedenen Formen. Mit all seinen Zubehörteilen kann dieses Gerät auch zur Herstellung vieler anderer Desserts verwendet werden. Der schwierigste Teil des Prozesses kann die Herstellung des Teigs sein. Aber wenn Sie ein gutes Rezept finden, werden Sie diese Phase mit Bravour meistern. Dann geben Sie einfach den Teig oder die Dekoration in den Zylinder, um die gewünschten Formen herzustellen, je nachdem, welche Düse oder Scheibe Sie wählen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Diese Churros-Maschine wird mit einem Satz von Scheiben und Hülsen geliefert, die ihre Verwendung sehr einfach machen. Mit einem Gewicht von etwa 100 Gramm und den Maßen 32 x 22 x 8 cm nimmt sie nur wenig Platz in Anspruch. Wegen des kleinen Behälters müssen Sie sie möglicherweise mehrmals füllen, wenn Sie viele Churros herstellen wollen. Das ist aber nicht schlimm, denn sie ist recht einfach zu handhaben und zu benutzen. Das Gerät ist nicht schwer zu reinigen, der Hersteller empfiehlt jedoch, sie mit der Hand zu waschen und nicht in der Spülmaschine. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Sie hat ein sehr einfaches Design, bestehend aus einem Zylinder mit sternförmiger Perforation und einem Schraubgewinde, das durch einen ergonomischen Griff bedient wird. Die Anwendung ist sehr einfach. Sie beginnen damit, den Zylinder mit Teig zu füllen. Wobei Sie darauf achten müssen, ihn nicht bis zum Rand zu füllen. Dann einfach den Stößel wieder anbringen und den Griff drehen, um den Teig durch die Öffnung zu drücken, und schon sind die Churros fertig zum Braten in der Pfanne. Sie ist kompakt, so dass sie leicht verstaut oder überall hin mitgenommen werden kann. Außerdem ist sie leicht zu reinigen, da sie auseinandergenommen werden kann. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Dieses Modell ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, so dass Sie Ihre Churros direkt in das Öl geben können, ohne sich um die Hitze beim Kochen zu sorgen. Insgesamt gibt es 20 Scheiben, mit denen Sie das Design Ihrer Lieblings-Churros und Kekse variieren können. Die Maschine ist außerdem mit sechs Edelstahlspitzen ausgestattet. Die als praktische Taschen zum einfachen Dekorieren Ihres Teigs dienen. Sie misst 12 x 25 x 12 cm und wiegt 300 Gramm. Es handelt sich um ein Modell, das problemlos komplett zerlegt werden kann und dessen Teile anschließend in der Spülmaschine gereinigt werden können. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Diese Churros-Maschine hat ein einfaches und ergonomisches Design. Sie besteht aus robustem und haltbarem ABS-Kunststoff mit glänzender Oberfläche in weiß und blau. Das Gerät arbeitet mit einem Kolbensystem, das den Teig durch ein Rohr drückt. Dank der acht verschiedenen Scheiben können Sie Ihre Torten in verschiedenen Mustern zubereiten. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es leicht zu bedienen und zu reinigen ist. Die Teile sind abnehmbar und können in der Maschine gewaschen werden. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.